ich denke zwei folgen werde ich heute noch aufnehmen dann ist erstmal schicht dann ist auch stream ende dann haben wir drei stunden gestreamt hatten hier eine richtig schöne zeit in minecraft da kommt jetzt auch an willst eine kartoffel essen stinktier oops Und wieder ab nach oben. Der Knick, doch der war auch hier. Der Knick, doch der war auch hier. Ich sollte mir hier oben ein Bett hinstellen. Das wäre sehr sinnvoll. Ich sollte mir hier oben ein Bett hinstellen. Ich sollte mir hier oben ein Bett hinstellen. Das muss nämlich an der Stelle passen, sonst wären die beiden Schenkel asymmetrisch. Und das sieht dann scheiße aus. Das scheint aber... ...zupassen. Ja. Das heißt, auch hier haben wir jetzt... ...zwei, drei, vier, fünf... ...eins, zwei, drei... ...zwei... ...hier ist ein Fehler drin. Ja, hier habe ich wieder vergessen, den einen noch dran zu hängen. Passt doch trotzdem nicht ganz, glaube ich. Hier wäre es, wir machen erstmal das vordere Stück hier fertig. Bis dahin ist dann wahrscheinlich auch wieder Tag. Wenn man was sieht, baut das sich gleich viel leichter, ich sag's euch. Hopps. Hier geht's natürlich auch. Okay. Vielen Dank. 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 Ja, die Pause läuft noch. Ist halt Minecraft Let's Play Aufnahme für YouTube. Ja, Tinas Umzug, der große Stress beginnt jetzt erst Donnerstag. Dann bin ich dann auch das Wochenende weg. Also, von Donnerstag bis Sonntag komplett. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Momentan, ich mag das. Ich muss jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue möchte ich die ganze Welt einfach nur zubetonieren.